Alle Augen sind auf Porsche. Zum Release des neuen 911 Facelifts wollen wir mal zusammen darauf reagieren, unsere Meinung austauschen. Leute, ich bin gespannt. Das ist ein Auto, was wir uns alle erträumen. Irgendwann im 911er sitzen. Hat Porsche alles richtig gemacht oder geht es in die falsche Richtung? Das schauen wir uns heute an. Bleibt dran. Ich würde vorschlagen, wir fangen ganz entspannt an mit dem offiziellen Trailer. Neuer 911er The One and Always ist das Leitthema und ich würde vorschlagen, let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier will ich stoppen. Diese Aerodynamikteile hier waren das erste, was mir so direkt ins Auge gestochen ist. Gefällt mir nicht so auf Anhieb. Ich muss es mir nochmal genauer anschauen. Wir gucken auch gleich mal auf der Homepage, was das für ein Feature ist. Bestimmt geht es da eben um Aerodynamik, aber irgendwie, ich weiß nicht, also was mir direkt gefällt, natürlich Scheinwerfer, LED, Matrix, ist immer geil. Diese vier Punkte, beziehungsweise vier Striche jetzt. Gucken wir mal weiter. Kurzer Stopp. Auch an der Stelle können wir bitte über diese wunderschöne Farbkombination sprechen. Wie geil sieht das bitte aus in diesem dunklen, es sieht aus wie ein dunkles Nardograu mit den gelben Bremssätteln, im Porsche Wappenspiegel sich das wieder. Nur halt das Thema hier, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Aber ich bin schon mal, naja, wie immer eigentlich guter Dinge, wenn es um den 911 geht. Die wissen auch schon genau, wie die mit diesem Akzent spielen, mit dieser Rückleuchte durchgehend. Und wir sehen, drei Varianten wurden vorgestellt. Coupé, Cabrio und Targa, wenn ich richtig sehe. Ja, Porsche, was gibt es da zu sagen? Stürzen wir uns gleich noch auf die Homepage, denn es gibt einige Sachen. Bevor wir auf die Kommentare eingehen, ich wollte extra nicht zu viel vorab sehen. Ja, was gibt es für Varianten? Wir haben hier einmal den Carrera GTS, besonders interessant. Bei dem ist der erste Hybrid, Mild Hybrid 911, muss man dazu sagen. Es ist zum Glück kein Plugin, aber wir müssen uns da mal genauer reinstürzen. Und was ich direkt mal sehe, schockierend, ab 170.000 Euro Startpreis für den GTS. Das ist schon mal ein Thema, müssen wir darauf eingehen. Bevor ich das aber bewerte, gucken wir uns die Leistungswerte an, Leute. 3 Sekunden 0 auf 100 mit dem Sportkronen-Paket. 3 Sekunden ist superlativ, Leute. Da gibt es nicht viel Schnelleres. Ich muss daran erinnern, der 991 Turbo, ich glaube, oder Turbo S, der hat ähnliche Werte. Auch wenn ich mir hier die PS angucke, Leute. 541 PS mit 312 kmh Topspeed. Und wir sind beim GTS. Da muss noch Turbo, Turbo S. Da muss noch ein bisschen Luft sein, Leute. Wohlgemerkt. Das ist schon mal auf Anhieb stark. Genauso stark, aber auch halt der Startpreis von 170k. Gucken wir mal weiter. Das Design, schon mal das erste, was ich eben angesprochen hatte. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Natürlich jetzt in dieser Farbkombi ist das nicht so verkehrt hier mit den ganzen Flaps und der Gesamtoptik. Motorsporttechnologie wird für eine bessere Performance verwendet. Hier sehen wir auch ein bisschen was über den Aufbau. Wir bleiben, beziehungsweise wir haben nach wie vor den 3,6 Liter Boxermotor, 6 Zylinder. So klingt nur ein 11er. Würde ich gar nicht so als Stärke mittlerweile sehen. Wir müssen da ganz offen reden, Leute. Hier geht es um den Klang. Unverändert emotional. Ich kann es mal laufen lassen. Ich weiß, das Video ist natürlich verschönert. Ich kann aber nur sagen, und das wisst ihr wahrscheinlich auch, der 911er jetzt aktuell klingt jetzt nicht mehr oder klingt nicht wirklich bombastisch. Muss man einfach so sagen. Ich bin letztens ein CLE 450 Probe gefahren. Das Video dazu seht ihr hier. Und irgendwo muss man sagen, ist der Klang ähnlich. Leider. Aber lassen wir es mal laufen. Ja, klar. Das ist eine dynamische Fahrtaufnahme. Unter Last klingt es immer besser. Aber Sound ist jetzt nicht die Stärke von dem Auto. Hingegen Design. Wir können ja mal die 360 Grad an sich starten. Ist eigentlich ganz interessant mal zu sehen. Drinnen nicht viel neu. Ich gehe mal aus Plus. Was wir auf jeden Fall neu haben, ist das Curved Volldigital-Tacho. Scheiden sich die Geister, die einen lieben, ihre analoge Zahlendrehscheibe bzw. ihren analogen Drehzahlmesser. Ich kann darauf verzichten. Denn so ein Display hat natürlich vielerlei Anzeigemöglichkeiten. Ich bin mir sicher. Hier kann man mehrere Modi einstellen. Bestimmt das Navi anzeigen lassen. Fahrdynamik anzeigen. Kein Nachteil, wie ich finde. Das ist einfach aktueller Stand der Technik. Volldigital-Tacho. Wir haben GT Sport Lenkrad. Ja, okay. Dieser Knopf hier ist glaube ich neu. Motorstarttaste. Eigentlich wie immer links. Bisher hatten wir immer den Schlüssel, den man dreht. Jetzt haben wir halt eine Start-Stop-Taste. Okay, klar. Zeitgemäß. Exterieur finde ich aber eigentlich interessanter. Wo fangen wir an, Leute? Wollen wir bei den Flaps anfangen, die mir ein bisschen Sorge bereiten? Die Bugverkleidung. Exklusiv für GTS. Was ist das? Eine Kühlluftklappe nennen sie das, um die Kühlung und den Antrieb zu fördern. Geschlossen sorgt das eben für die Aerodynamenverbesserung. Heißt so viel wie, wenn ihr wirklich Vollgas gebt, wenn ihr Performance abruft, dann öffnen sich die Klappen. Wenn ihr aber cruised oder entspannt unterwegs seid, dann schließen die sich, um eben Luftwiderstand zu verringern, somit auch Effizienz zu erhöhen und so weiter. Sind bewegliche Teile, sieht aber alles nach sehr viel Plastik aus, Leute. Täuscht mich das oder ist es alles einfach unlackierter Kunststoff hier, komplett dieses Element? Da müssen wir nochmal drauf eingehen, müssen wir uns das mal anschauen. Wir drehen das einmal und haben die Seiten an sich. Ich muss ja sagen, die Silhouette ist unfassbar schön. Wie aus einem Guss, vor allem das Coupé, hat es mir angetan. Exakt diese Ansicht und vor allem das Heck liebe ich einfach beim 911er. Nicht zuletzt wegen dieser durchgehenden Rückleuchte, finde ich extremst gelungen. Beim GTS, hier sieht man auch gleich die Neuerungen. Wir haben die Endrohre quasi mehr mittig, fast schon zentral. Zwei Stück nach wie vor und diese Partie hier am hinteren Kotflügel ist eine Erweiterung, eine Verbreiterung des Hecks. Hat aber nur der GTS, wenn ich richtig sehe. Gefällt mir extrem gut, muss ich sagen. Das Heck ist immer noch erste Sahne, da kann man nichts sagen. Hier sieht es aber auch wieder viel nach Kunststoff aus, Leute. Täuscht mich das? Ich würde mal in den Konfigurator stürzen, denn ich möchte wissen, ob man das auch alles in Hochglanz oder vielleicht Carbon sogar kriegen kann. Zumal mich auch diese ganze Preisthematik interessiert. Kurzer Blick natürlich noch auf Cabriolet und Targa. Ja, das ist halt das typische Cabrio-Thema. Ihr verliert komplett die schöne Dachlinie. Targa ist da noch ein Kompromiss. Wenn man das mag, dieses Design auf jeden Fall eine Idee. Fängt bei 192.000 an. Targa 4 GTS ist natürlich auch irgendwo eine Spitze. Was soll ich sagen? Wie teuer soll noch der Turbo oder Turbo S werden, Leute? Das ist halt die Frage, die man sich auch stellen muss. Performance-Werte bei Cabrios immer ein Stück schlechter als beim Coupé. Wir konfigurieren jetzt aber mal ein bisschen Coupé, Leute. Darauf habe ich Lust. Das ist natürlich jetzt der Carrera. Ich würde sagen, der Preis ist jetzt immer noch, wie man es kennt. Ich habe ja mal einen Porsche konfiguriert vor einer Weile. Da hat sich jetzt nicht viel getan. Mich schockiert eher der Preis vom GTS. Die Carrera-Leistungswerte sind auch schön. 4,1 Sekunden, okay. Aber fast 400 PS. 294 Topspeed. Oder lustigerweise hat der gar nicht diese Flaps. Ich würde trotzdem tendenziell sagen, der GTS ist das interessantere Release. Und darauf wollen wir uns jetzt mal stürzen. Das ist ja mal interessant, Leute. Schau mal hier ausverkauft, steht hier schon. Ja, okay, klar, eingestellt. Und jetzt sehen wir hier die Neuen. Fangen wir an mit dem neuen Carrera GTOS. So sieht das alles schon sehr, sehr aggressiv aus, Leute. Gebt mir ein bisschen GT3-Vibes. Vor allem hier die Frontpartie irgendwie. Wir fangen mal mit den Farben an. Soll ich euch mal hier links zu mir in den Bildschirm schieben? Moment. Ja, gucken wir uns mal an. Es gibt neue Farben. Muss man auch da an der Stelle mal erwähnen. Dieses Gelb gibt es neu. Es gibt dieses neue Grau. Das möchte ich mir unbedingt schauen. Hier Schiefer Grau Neo ist, glaube ich, meine Lieblingsfarbe auf Anhieb. Shade Green Metallic. Oder ihr geht natürlich komplett auf die Manufakturfarben. Ist extrem, extrem geil. Aber auch dementsprechend geile Aufpreise. Wir bleiben mal beim Schiefer Grau Neo. Gefällt mir extrem, muss ich sagen. Neue Farbe, neues Glück. Bei den Rädern finde ich eigentlich die GTS-Räder sehr schön. Spider-Räder, nee, die auch nicht unbedingt. Und die schon gar nicht. Also ich würde bei den GTS-Rädern bleiben. Genau, wir sehen hier dieses wunderschöne Design. Ich glaube, diese Lamellen sind auch neu. Und die typische Bremsleuchte in diesem Pausensymbol gefällt mir sehr. Und allgemein, das ist einfach eines der schönsten Designs aktuell. Diese Ansicht, muss man wirklich so sagen, stellt 90 oder 95 Prozent der Autos da draußen in den Schatten komplett. Auch hier, gerade mit dieser Verbreiterung vom GTS, muss ich sagen, wirklich, wirklich schön, wirklich gelungen. Interieur hat sich nicht viel getan. Wollen wir auch gar nicht groß kommentieren oder konfigurieren, hätte ich jetzt gesagt. Ich würde da einfach bei schwarz bleiben, vielleicht ein bisschen Kontrast-Stitching. Was gibt es hier für Sitze? Adaptive Sportsitze. Es gibt auch Vollschale. Ja, boah, natürlich stark. Sieht extrem wild aus. Aber muss man natürlich abwägen, was möchte man mit dem Auto? Ein Cruiser? Soll es ein Alltagsauto sein? Soll es wirklich ein sportlicher Wochenendwagen sein? Ich habe auch gesehen, dass man den ganzen Rücksitz quasi abwählen kann, beziehungsweise der Wagen kommt ohne Rücksitze. Und man kann sie aber ohne Aufpreis dazu wählen. Finde ich ein bisschen eigenartig, vor allem, wenn man sich das mal anguckt, wie es aussieht. Genau, Hintersitzanlage ist nämlich dann eine Option. Und hier in dieser schönen, muss man wirklich sagen, schönen Animation sieht man ganz gut, wenn da halt keine Rücksitzbank ist. Ist es halt wirklich ein riesen Kofferraum, obwohl wir den ja eigentlich ohnehin vorne haben. Ja, ist das ein Thema Gewichtsersparnis? Ist das ein Thema Kostenersparnis? Weiß ich nicht. Ist eine interessante Entscheidung. Fände ich jetzt aber keine Option. Ich würde definitiv die Hintersitzanlage, vor allem, wenn sie nicht mal aufpreispflichtig ist, dazunehmen. Ja, diese zwei Notsitze. Dann hat man aber Wegfall von den Vollschalensitzen. Okay, finde ich interessant. Das heißt, da geht es halt wirklich dann einfach nur, willst du ein Track-Tool oder willst du dein, ja, vollwertiges GT-Fahrzeug? Okay, fair. Exterieurpakete gibt es noch. Es gibt Aero-Kit. Dann sieht das Teil wirklich aus wie ein Rennwagen. Dann ist das so ein GT3S nicht weit weg, Leute. Guckt euch das an. Vor allem Heckparty natürlich. Fände ich aber ehrlich gesagt, also würde ich jetzt bei mir gar nicht mehr ankreuzen. Ja, es ist ja immer noch ein GTS. Was haben wir noch? Exterieurpaket in Schwarz-Hochglanz. Werden jetzt mal, ah ja, jetzt werden hier diese ganzen Kunststoffteile lackiert kommen. Finde ich gut. Würde ich definitiv ankreuzen, weil sonst finde ich einfach zu viel Plastik am Wagen. Vor allem, dass man halt dieses unlackierte, raue Plastik gefällt mir überhaupt nicht. Guckt mal auf den Preis. Wir sind schon bei 184.000 Euro. Das ist schon echt Champions League. Sportdesign-Paket Carbon ist wahrscheinlich dann noch einer on top. Genau hier Frontparty auch in Carbon. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das so dann einfach mal lassen würde. Ohne diese riesen Lippe hinten. Ich denke schon. Irgendwie fühle ich das aktuell mehr. Wir können natürlich jetzt noch mehr ins Detail gehen, Leute. Ich will eigentlich mal sehen. Kann man hier das nicht abwählen, Leute? Ich glaube nicht. Licht und Sicht ist noch ein wichtiges Thema. Die HD-LED-Matrix ist ein Must-Have. Ja, ihr seht direkt, der Blick ändert sich. Wir haben hier diese einzelnen LEDs. Ist ein Must-Have. Natürlich, Infotainmentsystem, Assistenzsystem kennen wir alles. 992 ist ein wunderschönes Auto. Ja, aber Interieur ist wunderschön. Brauchen wir gar nicht reden. Finde ich den 911er persönlich aber außen deutlich, deutlich interessanter. Hier ist es halt klassische, ja, nicht böse gemeint, aber konzerntypische DNA, würde ich es mal nennen. Schiebedach, Leichtbau, Karbondach, kostet 3.500 Euro Aufpreis. Aber finde ich wunderschön. Und ich befürchte, wenn wir jetzt noch die Keramikbremse draufhauen, wollen wir gar nicht erst von voller Hütte reden. Aber ich glaube, wir sind dann einfach schon bei 200.000 Euro. Für das Coupé, wenn wir jetzt einen Targa vollhauen, dann sind wir bei 220, 230.000 Euro. Leute, ein bisschen drauf, also in der Dimension jetzt ein bisschen drauf. Und man kann sich ein Lamborghini Huracan holen, neu, hat drei Jahre Service inklusive, hat einen V10 Saugmotor. Dessen muss man sich bewusst sein. Das ist schon ein mutiger Schritt, den Porsche hier geht preistechnisch. Und es ist immer noch ein GTS. Wir reden jetzt nicht von der Sperrspitze oder Turbo oder Turbo S, sondern das muss man wirklich mal den Schritt wagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr jetzt eine Viertel Mio, reden wir mal von einer Viertel Mio oder 200k ausgibt, ist da ein Ferrari, ist da ein Lamborghini, ist das nicht alles irgendwie doch interessanter als jetzt ein, böse gesagt, normaler 911? Wir müssen uns gar nicht darum streiten, was Porsche für eine Heritage, was das für eine Qualität und was das für ein ikonisches Modell ist. Klar, aber am Ende des Tages geht es ja auch um viel Emotion und viel Sportlichkeit, die auch Thema Sound, die auch Thema Optik und Prestige mit sich bringt. Und jetzt kommt bitte nicht mit, ja, Porsche ist understated und ja, das ist der Quiet Luxury Wagen. Okay, ja, aber Porsche tut schon viel dran, mehr als nur Quiet Luxury zu sein. Wenn ihr euch dieses Design hier anguckt, das ist schon in meinen Augen ziemlich laut. Jetzt in der Farbe vielleicht nicht, aber stellt euch jetzt den vor mit dem Aero Design und dann noch in diesem Knall gelb. Ich meine, der 911 ist schon ein auffälliges Auto. Ja, wie gesagt, wir müssen nur an die richtigen Kreuzchen machen. Und dann ist für mich die Frage persönlich, würde ich für so viel Geld ein Carrera GTS holen oder, wie gesagt, ein Huracan, ein Ferrari, 488 GTB. Die Performance-Werte sind hier halt extrem geil. In welche Richtung gehen wir hier noch? Geht das hier auch wirklich in die Viertel Mio? Wird das irgendwann als Turbo S ein 300.000 Euro Auto? Mutig, mutiger Schritt, muss man wirklich sagen. Bevor ich jetzt hier ewig konfiguriere und mir den Traumwagen zusammenstelle, Leute, bleiben wir realistisch. Das ist jetzt erstmal nur eine Reaction und mein erster Eindruck auf den 992.2. Das neueste Facelift des 911ers. Was sagt ihr? Geht das in die richtige Richtung? Muss sich Porsche noch mehr abheben? Wird das hier vielleicht doch ein bisschen übers Ziel hinausschießen? Ich bin gespannt darauf, wie sich das Auto verhält. Wie sich die ersten Mal spotte in der Öffentlichkeit. Man muss aber halt sagen, das hier, je mehr ich das sehe, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde, ehrlich gesagt. Aber deswegen dann auf das ganze GTS-Thema verzichten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Eure Meinung in die Kommentare zum 9911er, Leute. Soll ich mal so einen versuchen zu testen? Ich weiß, die Testreihe, die Autotestreihe ist für viele jetzt erstmal so ein bisschen verwirrend, weil ich manchmal Autos teste, die ich selber kaufen würde. Manchmal aber auch wirklich Traumautos einfach mal bei Gelegenheit fahre. Ja, lasst mich gerne wissen, soll das auch ein Traumauto sein? Was ich mal teste? Ich würde es versuchen. Der nagelneu jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht der 992 definitiv oder 991. Das ist ja wirklich noch puristisch und geiler eigentlich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert für mehr und bis zum nächsten Mal. Ciao.